Ich bin der Reto Freund. Ich bin Simon. Mein Name ist Davide, ich bin 28. Und bin Generalagent. Verkaufsleiter, leite die Agentur in Rotkreuz. Ich bin gelernter Orgelbauer, bin weltweit tätig gewesen. Dann habe ich ein Praktikum bei einer Bank absolviert. Ich habe eine Lehre gemacht als Automobilfachmann. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich lieber im Kundenkontakt bin. Und bin vor 15 Jahren als Quereinsteiger zu der Allianz in den Aussendienst gekommen. Mit dem Sprung zum Verkaufsleiter habe ich gleichzeitig die Hauptagentur in Rotkreuz übernehmen können. Ich bin 2013 Verkaufsleiter geworden und seit dem 1.1.20 jetzt Generalagent. Nach eineinhalb Jahren Kundenberater bei der Allianz bin ich dann schnell zum Vorsorge-Spezialist befördert worden. Die Allianz Suisse bietet sehr viele interne Weiterbildungsmöglichkeiten an, fachliche Kurs wie auch Führungskurs, die man jedes Jahr besuchen kann. Mir war früher klar, dass ich in eine Führungsposition möchte und mein Chef konnte mir das auch sehr schnell ermöglichen. Die Allianz hat mich sehr gut unterstützt bei meiner Weiterbildung als Finanzberater IAF, zeitlich wie auch finanziell. Die Ausbildung der Allianz ist sehr individuell und ermöglicht einem seine Ziele zu erreichen und seine Stärke auszuschöpfen.